Ja, wir befinden uns hier in Meine auf der B4. Es herrscht also eine Glätte, wie sie lange nicht mehr war. Wir sind pausenlos am Streuen. Die Lastwagen kommen nicht mehr weiter. Die können nicht mehr anfahren. Die kommen weg. Ich bin mit 30 gefahren und plötzlich hat sich der Wagen gedreht und ich habe den Kabin nicht mehr kontrollieren können. Erst bin ich vorne gegen, dann habe ich mich gedreht und dann habe ich ihm noch eins aufs Hekt gegeben. Was will man da machen?